ja so da waren wir gerade bei barney drin haben webar 2 bekommen ein nettes scharfschützengewehr was gegen insekten und meyerlurks 50 prozent mehr schaden verursacht da hinten ist eine schöne fabrik wir werden mal ganz kurz hier lang gehen mal gucken aber wir wollen ja wie gesagt die einigen missionen hier beenden das heißt darunter zählt ja auch dieser spielzeugmacher bei das museum der hexerei haben wir jetzt ja besucht gehabt da haben wir bekommen dass sie eier geklaut hatten von einer todeskralle und ja jetzt kann ich sie entweder abgeben gegen kohle oder halt senatszentrum oder das zurückbringt zu den er zu der brutmutter sozusagen aber vorher werden wir noch mal hier reingucken klein abstecher machen kennt mich ja mitnehmen was ich mitnehmen kann das institut ist hier schon wieder ja ok klärt das zimmerschlüssel ok sind rüstung weder noch bleibt alles jetzt hier liegen auch die pistole die waffe wollte ich jetzt nicht mitnehmen weil die brauchen wir nicht tschüss ich dachte das wäre jetzt gerade ein heft also so ein comic book wieder ok erschlagen vom regal ok ich krieg diese voltech dinger immer wieder ok der ist ok alle tot ok jetzt hänge ich hier gerade fest ok kein geräusch laufen leise mensch sonst gegner uns hören ja mit meiner power rüstung ist das kein problem oh ne katze ist da fahrstuhl die nehmen wir mit halt nehmen wir auch mit klebe aber immer mit ok auf jeden Fall der katzenliebhaber halt perfekt perfekt ok ach kleine mulli kann ich dich mitnehmen die würde ich ja gerne mitnehmen ok ehemaliger soldat start armee armeihelm ok ja patron nehmen wir immer mit die uhr nö 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 ja ja und nein ja ich habe auch splitterkanaten neben meinem bett liegen immer immer oh was habe ich ne ja was habe ich dazu aufgenommen ich weiß aber nicht was ok du bist der letzte der hier gerade sauber macht ha ja ja du hast dich um die leute hier gekümmert bevor die alle hops gegangen sind oh edwards schlüssel ok prölle mit schwarzem gestell ok ja du hast es hinter dir war auf jeden fall ein kleiner leseratte hier so wie es aussieht ok so ein altersheim hier he sowas kann man schon fast sagen auf hinterhalt seien sehr ruhig hier ok ist alles eingestürzt ja du warst auf hinterhalt ist ok so eine die blumen gemocht hat poison ivy alter ort staub und trock halllöckchen ähm nö ok verdammt nochmal ja hm ich weiß es nicht wir haben jetzt schon vier schlüssel aufgehoben ok ok irgendwas war hier doch bestimmt mal ha da wird schon vier schlüssel gefunden haben hm ich bock mir mal was aus ja jungs uninteressant hier drüben das ist auch alles uninteressant oh die ich nehme mal mit leselampe äh leseteil die küche ah die kochplatte nehmen wir auf jeden fall mit das war mal der koch wenn sei nützlich andere menschen nicht lassen hier willst du mir sagen dass es gerade unnütze ist weil ich gerade mitnehme hast wrong leer still langweilig ja ich weiß du willst nur töten aber es besteht nicht mal alles aus töten 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 ist da jemand anderen schon sieh da nicht sieh da nicht Oh, das ist ein komplett heiler Sünd. Nicht mehr ganz. Du hast meine Rüstung kaputt gemacht. Okay, das war gerade eine ganze Rüstung, die er hatte. Ihr Schwein, ihr habt jetzt den letzten kaputt gemacht. Ach, Menno. Was ist da? Gewicht, Gewicht, Gewicht. Oh, wir wiegen wieder zu. Ja, stimmt. Arm ist weg. Hm. Verursacht 50% der zusätzlichen Strahlenschäden. Ausgezeichnet. Müssen wir mitnehmen. Ach, ist der auch tot. Okay. Angelrouter. Jetzt wollen wir ein Stimpack erstmal nehmen. Schönes Schiff. Weißt du was? Achso, so ein Bio-Scanner. Planke. Perfekt. Okay, also. Ja, 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 ja. Ich weiß nicht. Ich bin schon außer Puste. Da waren wir drin. Hier auch. Hier auch. Hier waren wir jetzt auch hier unten. Da waren wir auch drin. Wir gehen nochmal alles in Ruhe ab. Irgendwas muss hier ja noch drin sein. Bis auf nur Institut so ungefähr. Von denen haben wir auch den Schlüssel. Ähm. Das wäre jetzt nur hier oben der Durchgang. Von hier haben wir auch den Schlüssel. Hier waren wir auch drin. Da ist nur der Fahrstuhl. Das war... Ja. Der Fotograf. Okay. Hier war sonst gar nichts. Ähm. Andere Jäger. Aha. Nett. Okay. Das war hier der Aufenthaltsraum. So. Das sind wir auch nochmal mit. Hat der hier vielleicht noch irgendeinen Schlüssel? Nein. Aber ich frage mich echt. Was hat das mit den Schlüsseln auf sich? Okay. Okay. Art Abschluck haben wir bestimmt hier. Okay. Hören mit Fummeln auf! Hauen kaputt! Nein. Die hat sich... Zugetrönt sozusagen die Oma. Hier könnten wir... Bücher zurückbringen. Ach wen... Oh, was ist das? Eine Patron... Ah ne, meine Patronenhütze. Oh, der geht sogar! Wahnsinn! Wahnsinn! Erinnerung an verlorenen Safe-Schlüssel? Bei ihrer Katzen... Katzenfressnapf haben wir. Hinter einer Schreibmaschine. Haben wir noch nicht. Unter ihren... Malpinsel haben wir. Unter ihren Dünger haben wir. In seinen Lieblings-Modellschiff haben wir auch. Unter den... Hirschkopf Trophäer. Unter der Hirschkopf Trophäer. Ich glaube den haben wir auch. Das war unterm Kissen. Das heißt jetzt nur hinter der Schreibtischmaschine. Okay. Sicherheitsalarm. Sicherheits-Tür. Okay, können wir öffnen. Zugriff auf Magnetschlösser. Geöffnet. Okay. Erinnerung. Sicherheitsalarme. Die brauchen wir jetzt nicht. Achso. Achso, da sind ja die ganzen Medikamente von denen. Okay. Nett. Oh. Jetzt... Das Buch hat er zuerst genommen. Injektions... Ach komm, nehmen wir das ich möchte. Injektion denke... Dann haben wir von jedem sozusagen doch den Schlüssel gefunden. Aber ich bin schon wieder so schwer. Ist doch... Pass auf. Füllen an wie Hinterhalt. Okay, nehmen wir die Bretter hier noch mit. Gibt es Holz. Ja. Dann haben wir hier drin alles wieder fertig. Nettlich. Hm. Okay. Strong is here. Hm. Das heißt, wir können erst mal ein paar Sachen wieder ablegen. Oder abgeben. Wo ist denn hier die schöne Neuwaffe? Genau. Die macht jetzt 103 Schaden. Ist das Scharfschützen gewährt? Das heißt... Gucken. Nein, nein. Da ist er. Erhöht die Präzision, aber die AP-Kosten werden dich noch nicht im Kopf... Was? Befindet's? Achso. Das heißt, die werden wir dann austauschen gegen... Die... Äh... Rabel... 2. Ja, das werden wir dann machen. Solange wir es für keine neue oder bessere finden. Nein, du hast für ein Bein gekostet. War das schon so kaputt, ey, mein Bein. Los, nehmen wir auch noch mit. Okay, das haben wir, glaube ich, jetzt erst mal hier. Wartet mal, wartet mal, was... Achso, ist nur eine Reklame. Achso, da hinten wäre dann jetzt die nächste Fabrik. Waren wir da schon mal? Laut Karte vielleicht? Nein, da oben waren wir noch nicht. Aber, wir waren da vorhin so ein Haus schon mal. Genau. Ja, das heißt jetzt erst mal... Ab nach Century und... Und Versorgungsroute. Warum wird die hier nicht angezeigt? Also, hier ist nur noch einer. Hier sechs. Zwei. Drei. Null. Drei. Null. Sieben. Null. Alter, ist das Slug. Null. Null. Ja. Kaum Leute, aber sogar Hall. Hm. Na gut, dann... Sind wir jetzt auf dem Weg zurück erst mal. Nach Century. Wieder entleeren. Was für ein Zufall.